Ja Leute, heute geht es weiter, Legacy of the Duelist und wir sind im Menü und Leute, ihr wisst, was das heißt, wir gehen rein. Einzelspieler, Kampagne, Yu-Gi-Oh! und dort sind wir. Wir haben jetzt hier schon einiges gemacht und wir sind hier, oh, ein bisschen zu weit gegangen. Wir sind jetzt hier, um genau zu sein, ähm, da, Duel-Identität. Das ist das Ganze, wo Yu-Gi das Duell verloren hat, also gegen Kaiba, also eigentlich hat er gewonnen, aber er hat verloren, weil er selber nicht durch ein Hologramm von der Burg lösen wollte und dementsprechend geht es hier. Und jetzt natürlich, äh, Yu-Gi gegen Mai und wenn Yu-Gi hier gewinnt, dann hat er genutzt Sternchips, ohne uns eben rauszukommen. Das war das Name der Dame und, äh, sie gewinnt gegen uns Sternchips, einfach hier. Mach hier keinen, mach keinen Blödsinn. Der geht immer als zweites, immer, ich will auch als zweites gehen. Unfair, 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 unfair und wir ziehen. Also, ähm, wir wollen mal hier eben ein bisschen leiser, aber ich habe nicht mehr das Duell richtig im Kopf. Aber in schwarz glänzenden Soldaten, das Ritualmonster, hat er nicht gespielt, meines Wissens nach. Ja, egal, wir spielen wieder ein Deck, was er nicht gespielt hat anscheinend, oder doch? Jetzt kommen die Kommentare wieder. Ja, Moris, du hast gar keine Ahnung. Ja, habe ich von nicht. Ja, klappt, das hat sie auf jeden Fall nicht gespielt. Das weiß ich zu 100%. Was ist das denn? Naja, immerhin hat sie keinen Ex. Ach, komplett vorbei. Willst du mich verarschen? Was passiert hier eigentlich? Ja, ähm. Upsala. Er wird sagen, das nutzen wir doch aus. Jetzt rufen wir wirklich eine Juli-Karte und greifen direkt an. Bumm. Und geben ab. Er ist 3G. Also, ich hätte gedacht, dass du hätte schon weitaus verloren. Puh, sie passt. Easy. Ich kann auch den Schwachen. Den Biberkrieger. Da wäre jemand ganz bestimmt, ist jetzt stolz auf mich. Biberkrieger, Angesmonos. Du kannst ja nicht raus und schlucken. Angriff. Angriff. Wir mochten nur wenig ATK, ne? Es ist unglaublich. Also, ich habe echt keine Ahnung, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Duell verlief. Aber das ist hier alles nicht passiert im Duell. Pass. Pass. Ja. Warte, wir können nicht finishen, oder? Oh mein Gott. Ja, wir können uns fehlen ein Ritualmonster. Ich will mit denen auch noch. Es reicht. Reicht das? Nee, es reicht, glaube ich. Warte, Herr. Ich rechne nicht. Ich greife einfach an. Ich kann eh nichts ändern. An der Situation. Das reicht. Es reicht doch nicht. Mai, hättest du mal nicht nur auf die Kraft deiner Habchen verbraucht. Warte mal, ich möchte etwas sagen. Wüsst du, hm? Danke. Du hast gesagt, ein Urland. Kann mehr aus deiner Niederlernen, als es ein Sieg. Und du hattest recht. Aber du, Mai, hast mir heute eine Menge beigebracht. Ich musste mich für meinen eigenen Ängsten an Stellen stellen, sonst hätte ich dich nie besiegt. Es ist furchtbar nett von dir, das zu sagen. Aber mir scheint, dass ich auch zu viel zu lernen habe. Über Duelle, über mich selbst. Über dich selbst konntest du wirklich viel. Naja, wir freuen uns alle. Wir kriegen noch mehr Habchenkarten. Und wie die Entität ist jetzt. Und jetzt kommt Joey gegen Bandit Keith. Also... Lass mich raten, er wird als zweites gehen. Es vermittelt die falschen Werte. Das sind die falschen Werte, würde ich sagen. Ach, denke ich, ich hab jetzt schon keinen Bock. Der wird doch jetzt wieder mit komplett übertriebenen Sachen kommen, oder? Schon gar keinen Bock auf das Duell. Okay, komm. Zeig's mir. Zeig's mir, wenn's geht. Geh's mir. Ich hab zweites, aber. Ich hab ein eventuelles Reiki da. Landform. Hello, UST. Was? Hier, Chain, Chain. Always an. Always. Okay, die Krise, Alter. Ja, wow. Zahlst du erst? Ja, du zahlst erst. Zahlst du erst? Okay, dann zahlst du erst. Zahl 2000? Oha. Ich weiß nicht, ob uns das hilft besonders viel, aber... In diesem Fall lohnt sich das auf jeden Fall schon mal so. Er hat zwei, was für lächerlicher Müll. Zahlt nochmal 2000? Na gut, dafür 2000 zahlen. Da können wir mit leben. Das Set muss nicht sein. So was haben wir? Okay, wieder. Cool. Was haben wir hier auch für Möglichkeiten? Ich glaub, da sind die Paladin. Beschützer, was haben wir noch? Da fangen wir an hier mit den Set. Das Ding ist ja, wenn wir jetzt den Rotaugen dran ziehen würden, ich hoffe, wir spielen den, dann wäre das halt voll stark wie ein Modusium des Kaisers. Aber er übertreibt es halt komplett. Ähm, wer würde toll davon? Na egal. Wäre lustig, wenn er sich genau auf null zahlen würde. Halt sie ihn jetzt. Wir machen das. Ich bin halt Joey. Ich treffe immer Kopf. Sollte. Weiß nicht, was Problem war. Was ist denn die Interaktion? Nee, hat er nicht. Ja, ich würde sagen. Oh. Angriff. Nein, Geburtsrecht. Oh mein Gott. Das ist leider viel zu gut. Er spielt einfach so. Tribut Monster Torbo, kann das sein? Übertreib. Chill deine Base. Chill doch. Ach man, wer hat ein MST? Ja, uh. Aber wir haben Hacken und den Effekt nutzend auch, wollte ich sagen. Ja, das hilft uns jetzt leider nicht ganz so viel, aber etwas wenigstens. Ähm, jetzt etwas. Ich meine, jetzt spielen wir quasi nach Battle City, äh, nach Köln-Vertulanten-Regeln. Ich meine, wir haben noch Einzug. Aber wenn der Monster zieht nicht. Nettke Monster. Ai, 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 ai. Ich weiß jetzt nicht, was wir ziehen können. Doch, noch ein Red Eyes. Too late. Too late. Too late. Ja, dann machen wir hier den Ehrenvollen. Wir werden das hier für uns beenden. Den Fromi Manipulator. Angriff. Die Musik muss traurig sein. Warum ist sie glücklich? bio magier wild ganz volle priester sagt alles er nimmt immer das gleiche oder die nehmen immer das gleiche kann das sein als erstes nachteil wäre natürlich jetzt wenn wir jetzt mst ziehen und er jetzt kurz mehr brauchen wir nicht gestaltet auch schwierig er wird halt safe tribut zum mangel einfach mal an ihr liegt ein ding seine mine ja seine mine soll kann auch nicht liegen angriff ja es liegt die genauen sprengkugel und die jagt sich im wann hoch ist denn bei face naja ich hätte auch einfach den flammen manipulanten im gang egal wo du kann das egal da aber dann geht das nur viel auf das monster ist stark so und kann ich aber hier ich fühle mich so schlecht so schlecht aber zu nutzen die falschen werte den wir jetzt hier ausprügeln war das noch angriff muss noch mal lesen wähle ein offenes monster aber so gehen wir da aus der zelt falls angreift nur wieder schaden abends angreift ok wenn ihn rufen können 18 rufen was jetzt in diesem fall vollmächtig ist und freis hat oder so dass sie da aus der angriff wenn treuer mehr habe ich nicht aktivieren zu 300 mehr jahre in scott badnord endfest jetzt werden 600 jones ist immer so jetzt sagt ich bin einfach sagt gehörte rüstung wie stark ich meine spielt die show ja auch nicht aber ist egal es bringt dann sein an seinen starken monstern ich möchte nicht diese fallen charakterien so was ich jetzt möchte es zu gab und denk mal nach mein lieber geht zug abgegeben er kommt ja egal wie genau die battle phase man nicht sagt zu schon lustig also die karte gar nichts gebracht also die metallwandler nicht okay das war jetzt so einfach weit weg stimmt da schaltet sich sogar ein oha spiel noch mal gegen bennett keyes okay 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 das ist das ich glaube das oder das ist das letzte duell könig rechtet und ich würde sagen halbfinale gegen jugi ich möchte das geld für seine schwester ich möchte gar kein geld jugi möchte gar kein geld sondern möchte einfach nur sind und großvater retten so ein ding besiegt zweiter als freund mal was nachgreifung ist wenn wir jetzt einfach auseinander hoffentlich first try first try ich habe noch easy wir sind jugi eigentlich viel besseres deck eigentlich warum haben wir den red eis warum stark aber warum hier red eis oh mein gott der animation den eis aus der sogar so krass dass alle sounds anhalten also wenn er durch so ein deck hat wie ich eben dann weiß ich dass du er jetzt schon vorbei ist amin im win-win-win-win-wind-wind auch immer wieder ein red eis haben warum auch immer wieder ein red eis haben dieser stelle oha er countert mich mächtig oh mein gott er macht halt komplett den jury der bank kreis dessen karte machst du nicht mehr kraft was so ein krasser movie von beiden sie dabei ist auch nicht so gut aus für uns als ob er einfach antike regel kopiert ich meine das ist auch so krass nein ich muss die ell noch mal angucken haben das ist doch meine karte dg ach so deswegen ich habe keine ahnung wirst du er lief aber hier werde ich hier komplett gedemütig weiß dann da kommt sowas weißt du sowas und nach effa und red eyes und alles und dann kommt sowas ist doch lächerlich die müde ich mich einfach natürlich eine sakko natürlich hat einer sagt wird russung also jetzt so langsam muss ich zugeben er wird hier nicht angegriffen oder lol ja gut darum ziehen wir ein playset davon und wer spielt drei gaias ja ich habe gesagt schaffen wir first try nochmal da muss ich kurz niesen den welchen das gleiche egal da kann er sich unsere falle kopieren doch kann er fusion wir können ihn rufen rotäuger schützen kann und tut toll der bringt gar nichts schwarz kopf haben wir haben wir so und glaube von totenkopf wollen schwarze augen und dabei von totenkopf wenn ich jetzt das falsche nennung ist größer fehler auch ein totenkopf schwarzer oder also aber er wäre natürlich wie es sich gehört erst mal hier den zug lassen er soll erst mal was rufen angreifen der übertreibt nicht ja 1000 drache minus 3 ja gibt mir den schaden kommen knüppel drauf mir komplett egal die mir eins die mir zwei sind ja keine set card komplett oh mein gott es gibt es jetzt zurück fusion plus macht ja so ein ding ist das nämlich ich spiele 3g ich habe so angst hier mit diesem individuellen für irgendwas immer zu machen der kann animation oder der natürlich nie so wir nehmen jetzt komplett auseinander mein lieber damit ich irgendeine dumme trinkt beschwörung macht oder fusion und irgendwas gebe ich dir das noch ja eigentlich rote auge weil cooler mit animation aber nein schwächer battle phase was machst du drache gegen drache dumm drache ein unterwälder unterwälder gegen unterwälder gegen unterwälder als im unterwälder so ihr habt gesagt wie sie first try gar kein problem für uns zeigt doch gar kein problem für uns also heute sind duell auch wirklich top of block eine battle phase an weg da ist so geil wirklich diesen schwachen karten ja wenn ich sagen aber nächsten zug war es das was der one du bist dann wird keine regi gebeten regi gebeten amin jetzt fair dass er nicht so schlimm ja ach so doch das ist schlimm einmal kann man da okay einfach ein double kill machen nächsten zu geben das doch schön das sieg und noch ja das muss jetzt ja wir kommen wo noch bis zum ende ja ganz entspannt und wir wussten dass einer von uns verlieren musste ja auch klar dass du verlierst ja einer muss auch gewinnen das ist richtig in der meine karte die gloria aus königsrechte hand zeigen sie und er wird dir drei millionen dollar preisgeld geben ein juli behalte du sie deine schwester braucht das geld ich habe nicht an dieser teilgenommen um reich zu werden juli ich bin nur hier um mein großartner und die kalber brüder zu retten auch süß dass eigentlich kalber auch retten will das ist wirklich das geld für saratys und ja op das wäre ich sehr nett ja und dann nächstes ist einfach das duell der ersten milanus gegenstände so richtig ausgeführt natürlich jugi gegen pegasus habe ich wirklich gespannt aber leute leute ich denke mal das war's dann für heute ich wünsche euch jetzt natürlich wie immer einen wunderschönen tag bzw restwochenende und ich würde sagen wir sehen uns dabei nächsten mal und ich wünsche euch wie immer viel spaß beim duell bis zum nächsten mal